Als unsere Partei gerade sieben Anrufen war, sprach sich schon zwei Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltmannschaftspartei sein. Weitens, sie wollte erhören kompromisslos die einzige Macht und eine einzige Macht in Deutschland. Wir mussten als Partei! Wir mussten als Partei! Ab I will look for you, I will find you, and I will kill you. Do you want to get all the air from the air from the air from the air? I will kill you! Who wants to send a message to Germany? I have a message for Germany. That you are all going to die. And I want you to look deep into the face of the Jew who is going to die. I don't know if you want to look. That's not the same. You don't. 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 I told you I would find you. You don't. You don't. You don't. You're the two. Die Jewish Regions.